CJD Christophorus Schule Dreussig. Sicher habt ihr unseren ersten Film gesehen, in dem Melvin unsere Gemeinschaftsschule und das Gymnasium vorstellt. Erlebt heute Einblicke in unser Internat. Unsere beiden Internatsgruppen mit jeweils maximal 14 Schülern und Schülerinnen sind familiär angelegt und bieten viele Möglichkeiten. So, jetzt habe ich mir erst mal einen Überblick vom Schulalltag verschafft. Ich finde es super, ja. Und jetzt werde ich mir erst mal ein Internatszimmer etwas einrichten. Also ich finde es gemütlich. So, um 6.15 Uhr wird man im Internat geweckt. Von 6.45 Uhr bis 7.15 Uhr gibt es dann ein gemeinsames Frühstück. Da kann man sich für den Schulalltag schön stärken. 7.20 Uhr ist dann Vorbereitung auf den Schulbeginn. Und anschließend geht der Unterricht auch schon los. Circa 12.00 Uhr gibt es dann Mittagessen im Steißesaal. Lecker Schnecker. Von 14.00 Uhr bis 15.45 Uhr ist dann Freizeit. Da kann man Basketball spielen, Fußball spielen, Tischtennis. Hier wird wahnsinnig viel angeboten. Von 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr ist dann eine Tee- und Kaffee-Runde. Da kann man sich mal schön austauschen. Finde ich toll. Von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr ist dann Vor- und Nachbereitung des Unterrichts. Also es werden Hausaufgaben gemacht. Und es wird einem geholfen, wenn man mal nicht alles verstanden hat. Finde ich toll. Von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr werden individuelle Pflichten gemäß dem Wochenplan erledigt. Und anschließend gleich wieder Freizeit. Von 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr ist dann Atemessenszeit. Hier wird man stark gemacht fürs Leben. Ab 20.30 Uhr wird sich dann auf die Nachtruhe vorbereitet. Wenn man Leistungen bringen will, muss man auch irgendwann mal schlafen. Ein aufregender Tag geht zu Ende. Was ich heute alles erlebt habe. Aber jetzt erst mal schlafen. Damit ich nirgendwider fit bin. CAD Christophorus Schule Dreussig Caridio Image und Eventfilm Produktion